Guten Tag, mein Name ist Bärbel. Sie erleben Ihre Schwangerschaft gerade. Sie erleben, wie der Körper Ihres Kindes in Ihrem eigenen Körper wächst und sich entwickelt. Und dieses Erleben bestimmt zurzeit Ihre Vorfreude auf die Geburt. Und wenn Sie mitmachen in diesem Kurs Modellieren für Schwangere in unserem interessanten Projekt, dann werden Sie jeden Monat eine Skulptur machen. Sie sehen hier sind überall Skulpturen und Sie werden jeden Monat eine solche Skulptur Ihres Kindes modellieren oder Ihre Vorstellung von dem Wachstum ganz abstrakt. Je nachdem, was Sie gerne möchten. Und dann wird diese Vorstellung sich verändern. Sie werden selber erleben, wie Ihr Verhältnis sich zu diesem Körper ändert. Ganz konkret. Und dann am Ende entsteht eine Serie von Skulpturen. Und dann machen wir eine Ausstellung zusammen. Das Thema wird diskutiert und Sie können es mit den anderen Schwangeren vergleichen, was Sie erlebt haben und fühlen. Und was das Schönste ist, wenn Sie nach Hause gehen, dann haben Sie eine wunderschöne Erinnerung an Ihre Schwangerschaft. Und wenn Ihr Kind dann einmal herangewachsen ist, dann können Sie dem das erklären und sagen, schau mal, so war das damals. Und selber werden Sie auch immer wieder daran denken. Also, ich freue mich unheimlich, wenn Sie in diesem Kurs mitmachen.